So, da habe ich auch einen kurzen Cut gemacht. Sperrstunde. Ah, jetzt suchen die mich auch. Okay, wie gesagt, ich habe gerade einen Cut reingezwiebelt, damit das halt... ...nicht zu lange wird. Wo will die denn jetzt hin? Meinst du, der Obdachlose hilft dir jetzt oder so? Ich glaube ja weniger. Finde einen Transistor, ja. Probier es mal. Da ist auf jeden Fall was. Da ist doch das X. Da müssen wir mal hin nudeln. Nudel, Nudel, Nudel. Finde einen Transistor. Sperrstunde. Ah, da. Blub, 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 blub. Und ich habe mal beim Speichern geguckt. Wir haben erst mal gerade knapp ein Prozent geschafft. Also, von dem Aufbau her wird das auf jeden Fall noch etwas lange dauern. Ach. Bringen der Landstreicher den Transistor wieder? Okay. Achso, okay. Man kann... ...mehere finden, beziehungsweise mehrere Moves schaffen. Und dann erhält man alle Transistoren und sozusagen auch dann mehrere Moves. Das ist auf jeden Fall genial. Ach, der muss, ey. Gebt mir auf den Keks. Der Landstreicher. Bitte sehr. Okay. Okay. Er war mein Bruder. Schau dir ein Herz, Kind. Schau dir ein Herz. Kind, ah, ja, das ist richtig, Kind. Put dir... ...hau, schrecklich. Du weißt, du bist alles gut, Kind. Schau dir von einem alten Drunk, eh? Ja, du weißt, dass du mir ein Transistor wiederkommst hast, wenn du zurückkommst. Okay, also von unten schön festgedrückt halten und dann ein richtiger Zuschlag wird. Gefällt mir. Ja, dann. Das war mal auch meine Vermutung hier. Oh, nee, ey. Jungs, komm, gib mir die auf den Sack. Ich muss jetzt wieder... Der zeigt keine Aufgaben mehr. Ja, du mich auch. Ah, verdammt, nein. Versuch, mich gar nicht zu verfolgen. Na, Jungs? Oh, der mit den Eierwerfer ist immer noch da. Auch geil. Dass er den nicht schnappt oder so. Nö. Warum auch? Aber wir sollten jetzt erst mal lieber eine Runde schlafen gehen. Oh, die Mumeln haben wir noch. Nice, gefällt mir. Boah, was ist das? Ist das der Wecker oder das Allgemeine? War da gerade eine Ratte? Nice. Aua. Immer zoomt doch hier so komisch rum hier. Was soll der Mist denn? So, jetzt haben wir noch eine Stunde dreißig. Da wird vielleicht eine Quest erst... Fertig machen können. Ach, nervt nicht. Vielleicht schaffen wir sie. Obwohl ich vielleicht um neuner dann auch lieber in den Unterricht gehen sollte. Wir können uns auf jeden Fall die Quest ernähren. Wir können da mal hinlaufen und gucken, was passiert. Und zwar zu den... Nerds. Hier sind eindeutig die Nerds. Rette Algy. Algy, Algy. Keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Klopf, klopf. Bücherwürmer. Hallo. Die Nerds. Die Nerds. Also, du bist der neue Kind, oder? Jeder ist das Thema über dich. Oh, sind sie? Und was sie sagen? Uh, nichts. Nur, dass du bist mit dem Sociopath Gary. Sociopad. Sociopath. Es bedeutet... Never mind. Forget I said anything. I need you to help me. Wait. You need me to help you? I've got some library books that need to be returned, but I'm too scared to go to my locker. Do I look like a librarian? No, listen. I need your help. Pretend we're friends. Walk with me. I'll pay... I'll pay you two bucks. Two bucks? Are you crazy? Make it five. No. Two bucks? Great. Five bucks. Let's go, buddy. Hahaha. Und der mit der geplatzten Hose. Das ist natürlich auch geil. Hahaha. Ach, das gefällt mir. Hey. Schulbank drücken, wie es Anki sein soll. Kaum zum Unterricht gehen und Quatsch ohne Ende machen. Aha. Kaum lieber. Algernon? Oder Algernon? Keine Ahnung. Hey Algernon! I heard you wet your bed. Help me, Gibi! Help me, Gibi! Help me, Gibi! Lass ihn in Ruhe. Okay. 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 I really, 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 really have to go! Komm, wir gehen aufs Klo. Komm schon. Ja. Ich hab versucht nicht. Die Klappe da unten. So schnell. Ich muss mal, ja. Komm schon, schnell. Der Unterricht beginnt nämlich auch. Ich weiß gar nicht, dass es jetzt so kompliziert wird mit dem hier. Wenn er aufs Klo muss. Hi Ladies. So, spätestens um halb müssen wir dahin, weil so unsere Schulschwänzen wieder angesagt haben. Ich weiß gar nicht, was wir heute für'n Unterricht haben. Boah, wo muss der denn hoch? Komm schon. Ja, aber ich muss den doch erst hier zum Klo bringen. Ich muss ihn doch erst zum Pott bringen hier. Was mach... Na Jungs, alles gut für euch. Na, alles gut. Na, alles gut. Also mit Skrollen ist auf jeden Fall noch ein bisschen blöde. Loser. Ach, die Klappe da unten so. Oh nein. Ich muss dabei zuhören. Warum bist du nicht in der Klasse? Warum hat er eine Klappe? Ich wundere, ob sie gut ist. Ich wundere, ob sie gut ist. Ich wundere, ob sie gut ist. Ich wundere, ob sie mit meiner Freundin oder so gut ist. Ich wundere, ob sie noch mal gesehen hat. Ah. Ich wurde erwischt. Was ist jetzt mit der Quest? Kunst! Nein! Kunst! Nein! Kunst! Ah. Hallo, Damen und Herren! Ich bin Frau Phillips und es ist mein Glück, Sie in die Welt des Kunsts. Verdammt! Ich verstehe! Ich verstehe. Ich bin schafft! Nice, sehr schön. Sehr glückliches Arbeit, Jimmy. Wie geht's dir? Hi! Lobstrasch geben. Oh, Jimmy, das ist so schön von dir. Just du und ich. Hahahaha, glaubst du, dass jemand es gesehen hat? Habt ihr das gesehen? Kussbonus freigeschaltet. Simpel. So, da muss ich mal einen kurzen Cut machen. Aber wir haben jetzt freigeschaltet, dass wir die Ladies küssen können hier. Und einen kleinen Bonus erhalten. So, und nun? Schauen wir gerade hier. Hey, äh, willst du einen Freund? Äh, sonst küssen die Mädchen nicht. Okay, alles klaro. Kann ich den nicht klauen hier bei der alten? Die war doch gerade ja am Tag wurde ja nicht. Machen wir mal schnell. Was haben wir denn da Schönes? Tschüss. Jetzt haben wir eine Schachtel Pralinen. Jetzt haben wir eine Schachtel Pralinen. So, ich muss jetzt ab noch ein paar Minuten gehen. Dann ist sozusagen wieder ein kleiner Cut drin. Jetzt hab ich sozusagen zwei Cuts drin. Weil ich gerade eben was eh Sinn war. Wären wir schon wieder mittags am Wochenende. Das ist natürlich krass. So, wo dürfen wir denn hin? Ja. Jetzt dürfen wir das nochmal machen. Das ist natürlich blöd, ey, genau auf dem Unterricht. Das ist jetzt gar nicht, wenn der Nachmittagsunterricht losgeht. Aber, da. Taut von, ja. Lohnt sich natürlich jetzt super zu machen. Hätte ich das mir ärgerlos, hätte ich das dann nachgemacht. Kann man das denn nicht, ne? Ja, jetzt klingelt der Unterricht, ne? Ja. Nun lass mich in Ruhe. Schlag ihn zusammen, ist mir egal. Ich geh jetzt in den Unterricht. Tschüss. Nee, hätte ich das mir eher gewusst, denn... wär ich mal... ...nicht eng gegangen. Ist natürlich blöd immer mit dem, was... Hä? Hä? Hä, warum ist der denn jetzt... Ja, ja, ist klar, ist gut. Ciao. Ich hab gar keine Murmel mehr. Haben sie die mir abgezogen? Ja, verklopp den Typen, ich will zum Unterricht. Ja, Sport, Sport. Das klingelt's ja gleich, weil wir wieder eine halbe Stunde zu spät sind, bla bla bla. Hä, ich beeile mich doch schon. Kann ich doch nicht dafür, dass der Unterricht da hinten ist. Wenn mal einer her sagen soll. Ah, ich bin schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs. Jetzt aber. Ich bin Unterricht reingestiefelt. Guten Tag. Was haben wir denn hin hier? Ach, umkleidet. Sport, ja. Trotzdem fortfahren. Möchte ich natürlich machen, den Sportunterricht. Ich hab's jetzt. Was hat Schilliger dabei? Was muss ich denn machen? Ok. wow schön auf den Ring gekickt ich habe so viele Jahre vorhanden ich habe so viele Jahre vorhanden ich habe so viele Jahre vorhanden ich habe nervöse Vowels ich dachte, du solltest dich schwer jimmy-boy ich kann nichts machen ich kann nichts richtig machen es ist besser, Hockens du willst mich nicht zu touchen mein smell ist contagious meine Tender ist so frisch voll aus alles 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 zack komm her 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 Sport fahren wir auch gut blub 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 so, jetzt kann ich den Unterricht betreten, oder? beziehungsweise, jetzt kann ich das hier richtig machen oh, lass mich doch mal durch komm her komm ich bei den Ladies hier rein da liegt ein Gummiband, ne? nur was ich für mich schaue nur was ich schaue AAAAAAAA AAAAAAAA unerlaubtes Betreten ist schon gut ist gut, ist gut, ist gut, alles gut Bye Bye Wollte doch nur das Gummiband da haben kann ich doch nichts dafür, wenn das bei euch auf dem Pot ist Schau Jungs jetzt können wir die Quest machen jetzt können wir die Quest machen will ich hoffen das ist auf jeden Fall ne geile Sache hier die laufen alle so komisch nerdig hier hey so, jetzt holen wir das aber jetzt hier mit rette Alji Alji, alter der krasse Hipster aus der Bibliothek so, die machen wir jetzt noch eben zu End da komm ich geh mal los aaaah ich möchte keiner wissen du brauchst in der Nase rum und immer was, nein, komm immer wieder Alji, nein Schlau